Mein Name ist Stefan Engstfeld, ich bin 46 Jahre alt, seit 2010 Mitglied des Landtages, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Europapolitik. Ich kenne keine andere politische Kraft, die so innovativ ist, die so modern ist, die für Toleranz und Akzeptanz, Vielfältigkeit steht. Ich kenne keine andere politische Kraft, die sich so sehr dafür einsetzt, dass die Ressourcen unserer Erde erhalten bleiben, auch für die nächsten Generationen, als die grüne Kraft. Und deswegen bin ich da. Nordrhein-Westfalen liegt im Herzen Europas. Ich setze mich für ein weltoffenes Nordrhein-Westfalen ein, was bei gemeinsamen Problemen nach gemeinsamen europäischen Lösungen sucht, das bunt ist, das vielfältig ist und vor allen Dingen für ein Europa ohne Atomkraft. Dann tauche ich richtig ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Blub. Meine Vision von Nordrhein-Westfalen ist eine, wo es uns gelungen ist, aus unserer starken Industrie eine nachhaltige, eine ökologische Industrie zu machen, wo jeder und jede das werden kann, was sie oder er will und es nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und dass wir Verschiedenheit als Bereicherung empfinden und nicht als Belastung. Und vor allen Dingen, dass wir wie bisher friedlich miteinander umgehen. Und dann geht's. 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 Vielen Dank.